Willkommen! Herzlich Willkommen in ein Let's Play Skylander! Neuer Gegner? Jetzt schon? So gestörtlich... Unbekannt wieder? Hallo? Junge! Ich hab... Ich hab den Gehirn mit meinem Schwert dran! Wir haben den Schleifte! Ne, wie gut sie... Oh, Schultenabschläge! Die sind schon stark, die machen irgendwas mit 500 Schaum! Oh, ich bin schon verarbeitet! Nur zu denen! Ähm, wenn wir ganz viel wechseln, das müssen wir! Weil, ähm, ich muss Snapshot nehmen, weil... Weil, ähm, da ein Kristall ist von Captainion! Und ich kann nur Snapshot! Ähm, die Crusher! Crack Tower! Crusher? Huuu! Wow! Der macht uns alle fertig! Der macht euch mit links und rechts fertig! Guck mal, wie viel Kraft der hat! Nervt mal! Ja, Mann! Nein! Nein, schlicht! Das ist auch... Ey, das ist Feuer! Ich spül mir ja nicht viel Wasser! Feuer, Wasser, ey! Hä? Hä? Ich spül mir alles, was du hast gelöscht! Ich spül mir nicht mal! Du musst erst mal das Wasser entfüllen! Ja! Ich kann dich nicht! Ja! Und du? Jetzt mal links! Und jetzt mal hoch! Ach, ich hab's gelöscht! Nichts, wie viel mehr! Ich hab's gelöscht! Kürzgesell! Ich hab's gelöscht! Ich pf... Ich muss... weil bei mir... ...und von mir standen. Wow! Die wird trauen bisschen. Ja! Ein Schurkenfeld ist über trauen bisschen. Die sind beide elf! Lukas, stopp, gut. Alles was war für ein Let's Play und bis zum nächsten Mal. Tschüss.